In der Steiermark hat die SPÖ Landeshauptmann Wobes damals den Landeshauptmannen Schützenhöfer verschenkt und ist dort in einer katastrophalen Situation, das muss man offen sagen. Weiß ich auch, da hat der Parteivorsitzende Tony Lang, den ich sehr schätze, aber es halt als Erfüllungsgehilfe der ÖVP sieht. Und aus einer großkoalitionären Tradition kommt, Toskozil ist Toskozil, brauchen wir nicht weiter besprechen, der ist ihm, wie immer gesagt, wenn der mal Spitzenkandidat wird, trete ich sofort an. Und das hat sich auch nicht geändert. Das hat sich auch nicht geändert.